Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Chaga ist ein Vitalpilz, der seit Jahrhunderten in der traditionell chinesischen Medizin verwendet wird. Chaga, auch bekannt als Inonotus obliquus, wächst hauptsächlich in den nördlichen Regionen Europas, Asiens und Nordamerikas auf Birkenbäumen. Chaga wird oft als König der Heilpilze bezeichnet und hat eine lange Geschichte als natürliches Mittel gegen verschiedene Erkrankungen. Er enthält eine Fülle an bioaktiven Verbindungen, die dem Körper zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten. Einer der bemerkenswertesten Einflüsse von Chaga auf den Organismus ist seine starke antioxidative Wirkung. Antioxidantien helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren und können somit das Risiko für chronische Erkrankungen verringern. Darüber hinaus hat Chaga auch entzündungshemmende Eigenschaften. Entzündungen spielen eine Rolle bei vielen Krankheiten, einschließlich Arthritis und entzündlichen Darmerkrankungen. Chaga kann helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und somit zur Linderung von Symptomen beitragen. Ein weiterer bemerkenswerter Einfluss von Chaga auf den Organismus ist seine immunmodulatorische Wirkung. Chaga kann das Immunsystem stärken und die Aktivität der Immunzellen verbessern, was zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionen beitragen kann. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Ihnen unser heutiges Video gefällt. So verpassen Sie zukünftig keine hilfreichen Tipps rund um die ganzheitliche Gesundheit. Neben diesen allgemeinen gesundheitlichen Vorteilen gibt es auch spezifische Anwendungsbereiche für Chaga. Zum Beispiel kann er bei der Unterstützung des Verdauungssystems hilfreich sein, indem er die Darmgesundheit fördert und Verdauungsbeschwerden lindert. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Chaga auch positive Auswirkungen auf die Hautgesundheit haben kann. Er kann bei der Bekämpfung von Hautalterung, Akne und Eczemen helfen und die Haut mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Bitte beachten Sie, dass Chaga nicht für jeden geeignet ist. Schwangere, stillende Frauen und Menschen mit bestimmten Erkrankungen sollten vor der Einnahme von Chaga einen fachkundigen Arzt oder Naturheilpraktiker konsultieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chaga ein faszinierender Pilz mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen ist. Er kann antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen haben, das Immunsystem stärken und spezifische gesundheitliche Probleme verbessern. Wir hoffen, dass Sie nun ein besseres Verständnis für die Wirkung von Chaga haben und wie er Ihnen helfen kann, ein gesünderes und vitaleres Leben zu führen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, zögern Sie bitte nicht und hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch Gesund!